Herzlich willkommen zum Webinar Effektiver Einstieg in ein erfolgreiches Klimamanagement. Dieses Webinar wurde vom UN Global Compact Netzwerk Deutschland für den Bereich Umwelt und Klima erstellt und soll interessierten Unternehmen und Akteuren den Einstieg ins Klimamanagement erleichtern. Dazu wollen wir Ihnen einige Hintergrundinformationen bereitstellen und Sie mit praktischen Hilfestellungen bei der erfolgreichen Einführung eines unternehmerischen Klimamanagements unterstützen. Das Webinar soll insbesondere die folgenden Fragen beantworten. Warum ist es notwendig für ein Unternehmen, ein Klimamanagement einzuführen und umzusetzen? Was ist eine unternehmerische Klimastrategie? Wie wird sie entwickelt? Und was umfasst sie? Welche Beispiele für ein erfolgreiches Klimamanagement von Unternehmen gibt es? Alle Informationen sind ausführlich in der zugehörigen UN-GCD-Publikation Einführung Klimamanagement beschrieben. Die Publikation ist auf der Webseite des UN-GCD als Download verfügbar und wird je nach Bedarf aktualisiert. Einen Link hierzu finden Sie in der Videobeschreibung. Beschäftigen wir uns mit der Frage, warum ein unternehmerisches Klimamanagement notwendig ist. Das Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz IPCC oder auf Deutsch Weltklimarat, ist eine Institution der Vereinten Nationen. Im Auftrag des IPCC tragen Fachleute weltweit regelmäßig den aktuellen Kenntnisstand zum Klimawandel zusammen und bewerten ihn aus wissenschaftlicher Sicht. Anfang 2022 veröffentlichte der IPCC den sechsten Sachstandsbericht zum Weltklima. Der Bericht stellt fest, dass die Erderwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit bereits Ende 2021 1,1 Grad Celsius erreicht hat. Ein globales 1,5 Grad Klimaziel ist demnach nur noch bei negativen Emissionen ab 2050 zu erreichen. Darüber hinaus sind die Folgen des Klimawandels bereits beobachtbar und treten früher und stärker auf als prognostiziert. Dies äußert sich unter anderem in Form von stärkeren Unwettern und Hochwasserkatastrophen auf der einen Seite, sowie häufigeren und längeren Hitze- und Dürreperioden auf der anderen. Eine Anpassung an diese Folgen des Klimawandels ist nur begrenzt möglich und nur durch eine ambitionierte Reduktion der Treibhausgasemissionen können die Folgen eingedämmt werden. Der Umfang und die Geschwindigkeit von Emissionsreduktionen bestimmen daher signifikant die weitere Erderwärmung und Eingrenzung der Auswirkungen klimabedingter Risiken. Die Einführung und Umsetzung eines Klimamanagements auf unternehmerischer Ebene werden von diversen Treibern beeinflusst. Grundsätzlich soll durch ein erfolgreiches Klimamanagement der eigene ökologische Fußabdruck des Unternehmens beeinflusst werden. Wie der IPCC-Bericht aufzeigt, zählen dazu die neuesten Erkenntnisse der Klimawissenschaft. Auf ihnen aufbauend entstehen regulatorische Rahmenwerke auf europäischer und nationaler Ebene, die die Unternehmen zunehmend unter Handlungsdruck setzen. Darüber hinaus erhöhen klimafreundliche Innovationen im Branchenumfeld den Druck auf Unternehmen, der Konkurrenz zu folgen. Innovationen bieten auch die Möglichkeit, Kosten aufgrund eines verminderten Einsatzes von Ressourcen oder durch die Reduktion des Energieverbrauchs einzusparen. Ein klimabedingtes Risikomanagement ist empfehlenswert, um standortspezifische Risiken oder Risiken in der Wertschöpfungskette zu identifizieren. Ein adäquates Klimamanagement hilft, diese Risiken steuern zu können. Nicht zuletzt fordern KundInnen und Investoren zunehmend die Einführung eines eigenen unternehmerischen Klimamanagements. Etablierte Berichtsformate wie beispielsweise der Climate Change-Fragebogen des CDP beschleunigen diesen Prozess entlang der Wertschöpfungskette. Die Gesetzgeber auf europäischer und nationaler Ebene erhöhen zunehmend den Handlungsdruck auf Unternehmen, sich mit ihrem Einfluss auf den Klimawandel und dessen Auswirkungen zu befassen. Schauen wir uns die regulatorischen Treiber in unserem nationalen Kontext näher an. Die verschärften Klimaziele auf EU-Ebene sehen vor, bis 2030 die Treibhausgasemissionen um 55% zu reduzieren. Nach 2050 sollen lediglich negative Emissionen toleriert werden. Auf deutscher Ebene ist sogar vorgesehen, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65% zu senken. Anschließend sollen Treibhausgasemissionen bis 2040 um insgesamt 88% gesenkt werden. Der europäische Green Deal und das Klimaprogramm FIT455 bieten hier einen konkreten Handlungsrahmen. Die Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD, wird die sogenannte Non-Financial Reporting Directive als Nachhaltigkeitsberichterstattungssystem ablösen und soll ab 1. Januar 2024 in Kraft treten. Um die selbstgesteckten Ziele zu erreichen, sind auf EU-Ebene einige Maßnahmen beschlossen worden. Hierzu zählen beispielsweise die Erweiterung des europäischen Emissionshandels, der Ausbau erneuerbarer Energien auf mindestens 40% der Gesamtversorgung bis 2030, die Verordnung des CO2-Grenzausgleichsmechanismus und die Verordnung zur Einrichtung eines Klimasozialfonds. Aufgrund der Überführung in nationales Recht sind oder werden alle drei regulatorischen Anforderungen auch in Deutschland verpflichtend. Unter anderem wurde so auf deutscher Ebene eine Einigung bezüglich einer verbindlichen Emissionshöchstmenge von Treibhausgas pro Sektor erzielt. Mit der Unterzeichnung des UN Global Compact bekennen sich Unternehmen zu dessen zehn universellen Prinzipien für eine inklusivere und nachhaltige Wirtschaft zum Nutzen aller Menschen. Für die Unterzeichner bedeutet dies konkret, in all ihren geschäftlichen Aktivitäten die Prinzipien zu Umwelt und Klima zu respektieren. Das heißt, einen vorsorgenden Ansatz im Hinblick auf ihre Umwelt- und Klimaauswirkungen zu verfolgen, die Stärkung des Umweltbewusstseins in und außerhalb ihres Unternehmens zu fördern und sich aktiv an der Entwicklung und Verbreitung umwelt- und klimafreundlicher Technologien zu beteiligen. Widmen wir uns nun der Frage, wie ein erfolgreiches Klimamanagement tatsächlich eingeführt werden kann. Hierzu sind einige vorbereitende Überlegungen relevant. Zunächst einmal die Frage, was ist das Klimamanagement eines Unternehmens? Das Klimamanagement stellt eine ganzheitliche strategische Auseinandersetzung mit dem Klimawandel dar. Ziel ist es, unternehmerische Treibhausgasemissionen zu erfassen, zu bilanzieren, zu reduzieren und darüber transparent zu berichten. Die erfolgreiche Einführung eines unternehmerischen Klimamanagements umfasst dabei insgesamt vier Schritte. Zunächst gilt es, die unternehmerischen Treibhausgasemissionen auf Basis von Aktivitätsdaten beziehungsweise den aktuellen Verbrauchswerten zu berechnen und anschließend eine Treibhausgasbilanz zu erstellen. Im Anschluss werden kurz- und langfristige Klimaziele entwickelt. Als Good Practice gelten hier inzwischen nur solche Ziele, die im Einklang mit einer Erderwärmung von maximal 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit stehen. Maßnahmen zur Zielerreichung werden danach erarbeitet. Diese sollten stets der Logik folgen, Vermeidung vor Reduktion vor Kompensation. Das bedeutet, dass Energieeffizienzmaßnahmen beim erfolgreichen Klimamanagement zu priorisieren sind. Sind diese Schritte erfolgt, steht abschließend die interne und externe Berichterstattung und Kommunikation an. Bevor mit Schritt 1 der Sammlung der Aktivitätsdaten begonnen werden kann, müssen einige organisatorische Überlegungen und strukturelle Aspekte berücksichtigt werden. So sind gut strukturierte Arbeitsprozesse und klar definierte Verantwortlichkeiten besonders in Bezug auf das Klimamanagement im Unternehmen die Grundvoraussetzung. Hierzu gehört die Benennung einer hauptverantwortlichen Person, die für die Einrichtung von Strukturen und die Einbindung der Abteilungen zuständig ist. Diese Rolle können eigens dafür eingestellte Nachhaltigkeitsbeauftragte übernehmen, aber genauso auch Fachverantwortliche im Bereich Energie oder Gebäude. Es sollte geklärt werden, wie die Ressourcen für die Einrichtung der Prozesse eines Klimamanagements verteilt werden. Die Aufteilung der internen Ressourcen auf mehrere Abteilungen wird dem Klimamanagement als Querschnittsthema gerecht. Die Geschäftsführung sollte kontinuierlich in den Prozess eingebunden werden und die zentralen Entscheidungen mittragen. Zudem wird durch die Verteilung der Ressourcen dem Risiko einer zu hohen Arbeitslast Einzelner innerhalb der Belegschaft vorgebeugt. Rechts im Bild sehen Sie den schematischen Aufbau der Organisationsstruktur eines Klimamanagements in einem großen Unternehmen. Halten Sie doch das Video kurz an und betrachten Sie in Ruhe mögliche Mandats und Berichtswege. Kommen wir zum ersten Schritt eines erfolgreichen Klimamanagements, die Erstellung einer Treibhausgasbilanz. Grundsätzlich stellt der individuelle Carbon Footprint die Gesamtmenge an Treibhausgasemissionen dar, die direkt und indirekt von einer Person, einer Organisation, einem Event oder einem Produkt ausgehen. Auf Unternehmen bezogen sprechen wir von dem Corporate Carbon Footprint. Die Maßeinheit des CCF kann in Tonnen CO2 oder in Tonnen CO2-Äquivalenten pro Jahr ausgewiesen werden. Bei der Einheit CO2-Äquivalente sind alle relevanten im Kyoto-Protokoll aufgeführten Treibhausgase mit ihrer umgerechneten Treibhauswirkung im Verhältnis zu CO2 auszuweisen. Entscheidend ist also das Treibhausgaspotenzial. Methan und Lachgas haben beispielsweise ein vielfach höheres Treibhausgaspotenzial als CO2. Detaillierte Informationen zu dem jeweiligen Treibhausgaspotenzial der Gase finden Sie in der Publikation Einführung Klimamanagement, die in der Videobeschreibung verlinkt ist. Für die Berechnung und die Berichterstattung eines Corporate Carbon Footprints haben sich einige Methodenstandards etabliert, die Ihnen Orientierung bieten, jedoch nicht alle Fragen beantworten können. Weit verbreitet ist zum einen der Bilanzierungsstandard des Greenhouse Gas Protocols, ein weltweit standardisiertes Rahmenwerk für die Messung und das Management von Treibhausgasemissionen, das unternehmerische Wertschöpfungsketten umfasst. Auch die ISO-Norm 14064i beschreibt weltweit standardisierte Rahmenbedingungen für die Quantifizierung und Berichterstattung von Treibhausgasemissionen. Die Norm enthält Anforderungen an die Gestaltung, Entwicklung, Verwaltung, Berichterstattung und Überprüfung der Treibhausgasbilanz einer Organisation. Insgesamt gibt es fünf handlungsleitende Prinzipien, die es bei der Erhebung des Corporate Carbon Footprint nach den Vorgaben des Greenhouse Gas Protocols zu beachten gilt. Relevanz, Vollständigkeit, Transparenz, Konsistenz und Genauigkeit. Mithilfe dieser fünf Handlungsprinzipien wird sichergestellt, dass alle relevanten Emissionsquellen zur Berechnung eines Corporate Carbon Footprints berücksichtigt wurden und alle definierten Emissionsquellen vollständig angegeben wurden. Weiterhin sind die Ergebnisse transparent, das heißt nachvollziehbar und verständlich dokumentiert. Konsistenz wird gewahrt, wenn die Berechnungen und Systemgrenzen für alle Jahre gleich sind. Zuletzt soll beachtet werden, dass alle erhobenen Daten mit höchstmöglicher Genauigkeit ermittelt und dabei Unsicherheiten minimiert wurden. Bevor Sie als Unternehmen mit der eigenen Treibhausgasbilanzierung beginnen, sollten Sie sich Klarheit über die firmeninterne Zielsetzung der Bilanzierung verschaffen und entsprechend Schwerpunkte bei der Bilanzierung setzen. Für die Bilanzierung der Treibhausgasemissionen Ihres Unternehmens beziehungsweise für die Ermittlung des Corporate Carbon Footprints bietet das Greenhouse Gas Protocol eine optimale Unterstützung. Um direkte und indirekte Emissionsquellen relevanter und hier aufgeführter Klimagase Ihres Unternehmens identifizieren und abgrenzen zu können, unterteilt das GHD-Protokoll diese in drei Kategorien, in sogenannte Scopes. Die direkten Treibhausgasemissionen, die durch die unternehmerische Tätigkeit entstehen, werden dem Scope 1 zugeordnet. So sind beispielsweise die Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe am Standort oder in Fahrzeugen, die dem Unternehmen gehören, Scope 1 zuzuordnen. In Scope 2 sind die indirekten Treibhausgasemissionen zusammengefasst, die aus dem Bezug leitungsgebundener Energie entstehen. Damit ist Energie gemeint, die durch eine Strom- bzw. Rohrleitung an das Unternehmen bereitgestellt wird, also zum Beispiel Strom, Dampf und Wärme. Scope 3 erfasst alle indirekten Treibhausgasemissionen in der Wertschöpfungskette, vom Lieferanten bis hin zu KundInnen. Dazu gehören vorgelagerte unternehmerische Tätigkeiten, wie etwa die Gewinnung von Rohstoffen oder die Produktion eingekaufter Güter und Dienstleistungen. Ebenso zählen auch Emissionen aus nachgelagerten Aktivitäten, wie Verteilung, Verarbeitung und Nutzung der Produkte zu dieser Kategorie. Für die Erstellung einer Treibhausgasbilanz ist die Definition von Systemgrenzen ein Schlüsselelement. Wir unterscheiden hier organisatorische und operative Systemgrenzen. Die organisatorische Systemgrenze geht der Fragestellung nach, welche Standorte und Gesellschaften in die Berechnung mit einbezogen werden. Dabei können drei Methoden für die Bestimmung des notwendigen Konsolidierungsansatzes genutzt werden. Der operative Kontrollansatz berücksichtigt die Treibhausgasemissionen aller Standorte, an denen das Unternehmen über die Geschäftspolitik und Strategie entscheidet, also die Autorität besitzt, operative Richtlinien einzuführen und umzusetzen. Der finanzielle Kontrollansatz berücksichtigt die Treibhausgasemissionen aller Standorte, an denen das Unternehmen operative Richtlinien über den Einsatz finanzieller Mittel steuern kann. Beim Eigenkapitalansatz werden hingegen die Treibhausgasemissionen aller Standorte und Beteiligungen ermittelt und dem Unternehmen entsprechend des Anteils der Eigenkapitalbeteiligung zugewiesen. Bei der operativen Definition der Systemgrenze leitet uns die Fragestellung, welche Emissionsquellen in die Berechtigung des Corporate Carbon Footprints mit einbezogen werden. Es werden also die Aktivitäten und Prozesse des Unternehmens erfasst, die in der Bilanz zu berücksichtigen sind. Zu einem ganzheitlichen Klimamanagement zählen die direkten und indirekten Einflüsse des Unternehmens entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Diese werden über die Scope 1 bis 3 Kategorien erfasst. Emissionen aus Scope 1 und 2 entstehen innerhalb der Systemgrenze eines Unternehmens und sollen deshalb in jedem Fall in einer Treibhausgasbilanz abgebildet werden. Scope 3 hingegen umfasst jene Emissionen eines Unternehmens, die in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette entstehen. Die Emissions-Hotspots in Scope 3 sowie insbesondere die Höhe der Emissionen ist dabei stark vom Unternehmen, dessen Branche und Geschäftsmodell sowie weiteren Faktoren abhängig. Um die Emissionen aus Scope 3 zu berechnen, ist es deshalb in einem ersten Schritt notwendig, die Wesentlichkeit der 15 Scope 3 Kategorien für ein Unternehmen zu bewerten. Dabei wird jede einzelne Kategorie abhängig von ihrer Emissionshöhe und der Beeinflussbarkeit der Emissionen in eine Vier-Felder-Matrix eingeordnet, was hier beispielhaft für einige Kategorien dargestellt ist. Im Unterschied zu Scope 1 und 2, wo Emissionsquellen, die weniger als 5% der gesamten Scope 1 und 2 Bilanz ausmachen, vernachlässigt werden können, gibt das Greenhouse Gas Protocol für Scope 3 keine Relevanzgrenze vor. Das bedeutet, dass Unternehmen die Wesentlichkeit der Emissionen in Scope 3 selbst definieren können. Sie entscheiden damit, für welche Kategorien die unternehmerischen Emissionen berechnet und in die Treibhausgasbilanz einbezogen werden. In dem dargestellten Beispiel werden die Kategorien 3.1 und 3.11 als wesentlich bewertet. Darüber hinaus sollten auch Emissionskategorien aus den gelben Quadranten berechnet werden, die nicht bereits in Scope 1 oder 2 enthalten sind. Werden die Emissionshöhe und Beeinflussbarkeit einer Kategorie als gering eingeschätzt, so können diese zunächst vernachlässigt werden. Im Rahmen der Entwicklung des unternehmerischen Klimamanagements und zur Verbesserung der Datenbasis ist es für Unternehmen trotzdem empfehlenswert, alle Kategorien zu berechnen. So kann ein komplettes Bild der Emissionen der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette gezeichnet werden. Üblicherweise wird diese oder eine ähnliche Wesentlichkeitsbewertung im Rahmen eines Workshops mit verschiedenen Fachbereichen durchgeführt. Es sollte dabei garantiert werden, dass durch die Fachbereiche die notwendige Expertise vertreten ist, um eine entsprechende Einschätzung treffen zu können. Für die meisten Unternehmen machen Scope 3-Emissionen den überwiegenden Anteil der Gesamtemissionen aus. Die im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse als relevant identifizierten Kategorien werden anhand ihrer Aktivitätsdaten unter Verwendung verschiedener Berechnungsmethoden ermittelt. Der Lieferantenspezifische Ansatz sieht eine Abfrage von Emissionsdaten direkt von Lieferanten und Dienstleistern vor. Mit dieser Methode lässt sich höchste Datengenauigkeit realisieren, da Primärdaten der Lieferanten zur Ermittlung der Treibhausgasbilanz verwendet werden. Die Durchschnittsdatenmethode berechnet anhand von maßenbasierten bzw. volumenbasierten Daten von Lieferanten die Treibhausgasemissionen mithilfe von Emissionsfaktoren aus Datenbanken. Der ausgabenbasierte Ansatz der Emissionsbilanzierung empfiehlt sich, wenn die Datenverfügbarkeit mangelhaft ist. In diesen Fällen werden die Emissionen unter Verwendung von ausgabenbasierten Emissionsfaktoren berechnet, welche aus den kostenlosen oder zahlungspflichtigen Datenbanken verschiedener Anbieter bezogen werden können. Darüber hinaus gibt es für manche Kategorien weitere spezifische Berechnungsansätze. Zum Beispiel können für die Bilanzierung von transportbezogenen Scope-3-Emissionen auch Kraftstoff- und entfernungsbasierte Ansätze verwendet werden. Die Emissionsberechnung für Scope 1, 2 und 3 erfolgt schließlich in drei Schritten. Im ersten Schritt werden die Aktivitätsdaten bzw. die Verbrauchsdaten gesammelt. Diese beschreiben, wie Emissionen verursacht werden. In Scope 1 ist das beispielsweise die Gesamtmenge an verbrauchtem Treibstoff der unternehmenseigenen LKW-Flotte. In Scope 2 können das innerhalb der betrachteten Systemgrenzen entstandene Stromverbräuche sein. Im zweiten Schritt werden geeignete Emissionsfaktoren zu den erhobenen Aktivitätsdaten ausgewählt. Hierauf werden wir später einen genaueren Blick werfen. Die anschließende Multiplikation der Aktivitätsdaten mit den Treibhausgasemissionsfaktoren stellt die Berechnung dar. Ein Emissionsfaktor gibt dabei an, wie hoch die durchschnittliche Emissionsintensität bezogen auf die jeweilige Aktivität ist. Hierbei gilt es zu beachten, dass Aktivitätsdaten und Emissionsfaktoren in derselben Einheit vorliegen müssen. Liegt zum Beispiel die verbrauchte Menge an Diesel in Litern vor, muss auch der Emissionsfaktor für die Verbrennung von Diesel in CO2-Äquivalenten pro Liter angegeben sein. Meist sind Emissionsfaktoren jedoch in CO2-Äquivalenten pro Kilowattstunde angegeben, sodass die Aktivitätsdaten umgerechnet werden müssen. Alternativ kann auch eine andere Emissionsfaktordatenbank genutzt werden, die die benötigte Einheit nutzt. Um eine übersichtliche, lückenlose und nachvollziehbare Berechnung der unternehmerischen Treibhausgasbilanz über alle drei Scopes zu gewährleisten, empfiehlt sich die Einführung eines Daten- und Prozessmanagements. Zunächst sollten dafür ein passendes Datenerfassungssystem und ein Erfassungsprozess ausgewählt und entwickelt werden. Dies dient als Basis für die Verstetigung der Abläufe des Klimamanagements im Tagesgeschäft. Primäres Ziel der Datenerhebung sollte sein, sämtliche Aktivitätsdaten und Berechnungsergebnisse an zentraler Stelle zu sammeln, um die daraus resultierenden Treibhausgasemissionen auswerten zu können. Je nach Größe und Komplexität kann die Verwendung einer Corporate Responsibility Softwarelösung diesen Prozess erheblich vereinfachen. In diesem Fall ist die Integration der Lösung in die bestehende IT-Infrastruktur zu empfehlen. Ein erfolgreiches Prozessmanagement basiert auf folgenden Grundlagen. Zunächst sollten die zu sammelnden Aktivitätsdaten für die Datenverantwortlichen klar definiert werden. Eine transparente Dokumentation der Datenqualität sowie der Datenquelle ist ebenso notwendig. Es sollte im System entsprechend festgehalten werden, ob es sich bei den Angaben um Schätzwerte oder Primärdaten handelt. Darüber hinaus empfiehlt sich die Erarbeitung einer internen Richtlinie für etwaige Anpassungen und Neuberechnungen bei Änderungen, beispielsweise der Systemgrenzen oder Emissionsfaktoren. Nur so kann eine konsistente Datenerhebung über verschiedene Abteilungen oder auch wechselnde Verantwortlichkeiten gewährleistet werden. Während die Vier-Augen-Prüfung den menschlichen Irrtum reduzieren kann, definiert letztlich ein Projektablaufplan mit allen Beteiligten und Fristigkeiten den Rahmen für die Treibhausgasbilanzierung. Hat ein Unternehmen sämtliche Verbrauchswerte erhoben, müssen sie mit passenden Emissionsfaktoren verknüpft werden. Die Auswahl von Emissionsfaktoren obliegt dem Unternehmen. Es gibt hierfür keine verbindlichen Vorgaben. Die Emissionsfaktoren können aus unterschiedlichen Quellen bezogen werden, beispielsweise von der Deutschen Emissionshandelsstelle, dem Umweltbundesamt oder der International Energy Agency. Eine Auswahl verschiedener Quellen, sowohl kostenlos als auch gegen Gebühr, finden Sie in der Videobeschreibung verlinkt. Bei der Nutzung von webbasierten Software-Tools und Datenbanken sind in der Regel Standard-Emissionsfaktoren hinterlegt. Grundsätzlich ist bei der Wahl von Emissionsfaktoren auf Konsistenz zu achten. Das ermöglicht eine Vergleichbarkeit der Emissionsentwicklung über mehrere Jahre hinweg. Zusätzlich ist es wichtig, die getroffene Auswahl an Emissionsfaktoren zu definieren, zu dokumentieren und die entsprechenden Faktoren zugänglich zu machen. Änderungen der verwendeten Emissionsfaktoren und deren Auswirkungen auf die Höhe der Treibhausgasemissionen eines Unternehmens sollten darüber hinaus bei der externen Kommunikation des Corporate Carbon Footprint transparent gemacht werden. Nachdem wir uns nun mit der Erstellung einer Treibhausgasbilanz beschäftigt haben, schauen wir uns im nächsten Schritt die Entwicklung von Klimazielen etwas genauer an. Dabei wollen wir aufzeigen, wie eine zeitgemäße Klimastrategie aussieht, aus welchen Bestandteilen sie sich zusammensetzt und worauf bei der Erarbeitung einer Klimastrategie zu achten ist. Welche Schritte muss ein Unternehmen bei der Erarbeitung einer Klimastrategie befolgen und woraus setzt sich eine Klimastrategie eigentlich zusammen? In der Regel sind dies vier Bausteine. Der erste Baustein ist das Fundament jeder Klimastrategie und beinhaltet die Erstellung einer Treibhausgasbilanz und die Bestimmung des Rahmens für die Strategie. Für die Treibhausgasbilanz sind folgende Schritte notwendig. 1. Die Festlegung der operativen und organisatorischen Systemgrenzen 2. Die Überprüfung und eventuell Verbesserung der Datenbasis 3. Die Bestimmung des Basis- und Zieljahres 4. Die Definition des Zieltyps Bei der ersten Treibhausgasbilanzierung ist oft besonders die Datenqualität eine Herausforderung, da viele Daten aufwendig und manuell gesammelt werden müssen. Von diesem Prozess sollten sich Unternehmen allerdings nicht entmutigen lassen, da hier wichtige Lerneffekte entstehen. Datensammlung und Datenqualität können durch diesen Lernprozess in den Folgejahren deutlich verbessert und vereinfacht werden. Nach der erfolgreichen Treibhausgasbilanzierung folgt der zweite Baustein einer Klimastrategie. Die Bestimmung der externen Anforderungen in Form von 1,5 Grad bzw. deutlich unter 2 Grad Reduktionspfaden. Diese werden durch die Science-Based Targets Initiative von sogenannten Treibhausgasbudgets abgeleitet. Sie beinhalten eine Abschätzung der kumulativen Menge an CO2 und anderer Treibhausgase, die über einen bestimmten Zeitraum emittiert werden können. Zusätzlich zu den Reduktionspfaden wird eine Bottom-up-Analyse und eine Evaluierung von Energie- und CO2-Einsparpotenzialen im Unternehmen durchgeführt. Dieser Baustein zeigt Unternehmen konkret, welche Reduktionspotenziale durch welche Maßnahme entstehen und realisiert werden können. Nachdem das Unternehmen sein Ambitionsniveau festgesetzt und herausgearbeitet hat, welche Reduktionen erreicht werden können, folgt die Definition eines Klimaziels. Das Klimaziel besteht aus einem Zieljahr, z.B. 2050, und einem Zielwert, z.B. Netto-Null-Emissionen. Für die erfolgreiche Klimazielsetzung sollten interne und externe Key Performance Indikatoren, kurz KPIs, definiert werden. Beispielsweise die Treibhausgasemissionen pro Euro Umsatz oder pro Produkt. Für viele Unternehmen bedeutet die Zielsetzung eine große Herausforderung. Wie sollen Maßnahmen finanziert und umgesetzt und Emissionen in weniger als 30 Jahren fast komplett reduziert werden? Vor diesen Herausforderungen stehen jedoch fast alle Unternehmen und es kann helfen, sich an Good-Practice-Beispielen der eigenen Branche zu orientieren. So kann man leicht Inspiration und Wissen gewinnen, was für die eigene Klimastrategie angewendet werden kann. Der letzte Baustein der Klimastrategie ist ihre Veröffentlichung. Dabei sollten alle grundlegenden Kennzahlen wie Zieljahr und Zielwert sowie die wichtigsten Maßnahmen zur Erreichung der Ziele beschrieben werden. Zudem sollte die Klimastrategie mit dem Unternehmensnarrativ und der Unternehmensstrategie verknüpft werden. So können Unternehmen glaubwürdig kommunizieren, wie sie im Hinblick auf die Klimakrise handeln. Schließlich muss eine Governance-Struktur implementiert werden, die verantwortlich für die Umsetzung und Kontrolle der Klimastrategie ist. Wurden alle Bausteine erfolgreich umgesetzt, folgt die Verwirklichung der Reduktionsmaßnahmen in den folgenden Monaten und Jahren, die schlussendlich zur Erreichung der Klimaziele führen. Sie können sich als Unternehmen absolute und relative Klimaziele setzen. Ein absolutes Ziel wäre zum Beispiel eine Netto-Null-Reduktion bis 2050. Ein relatives, eine Reduktion der Emissionsintensität um 50% bis 2030. Relative Ziele beziehen sich auf eine Reduktion der Emissionsintensität, führen damit jedoch nicht zwangsläufig zu einer absoluten Treibhausgasemissionsminderung. Absolute Ziele hingegen beschreiben die Reduktion der Gesamtemissionen des Unternehmens. Beide Ziele haben unterschiedliche Vor- und Nachteile, die es bei ihrer Auswahl zu berücksichtigen gilt. Ein relatives Ziel hat den Vorteil, dass es flexibler auf Wachstumserwartungen oder veränderte Systemgrenzen reagiert. Das absolute Ziel hat hingegen eine größere Relevanz für den globalen Klimaschutz. Es ist leichter zu kommunizieren und zu verstehen und auch in Form von Key-Performance-Indikatoren kann das absolute Ziel einfach in unterschiedliche Unternehmensbereiche integriert werden. Ein Nachteil der relativen Zielsetzung ist, dass das unternehmerische Ambitionsniveau ohne Kontextinformationen nur schwer zu beurteilen ist. Relative Ziele sind zudem schwerer in die Unternehmensbereiche integrierbar. Das absolute Ziel hat hingegen den Nachteil, dass eine Erreichbarkeit bei starkem Wachstum oder veränderten Systemgrenzen verzerrt wird. Letztlich kommt es darauf an, eine absolute Reduktion zu realisieren, egal ob durch absolute oder relative Zielsetzungen. Die Art des Ziels sagt außerdem nichts über das Ambitionsniveau des Unternehmens aus. Um den Fortschritt ihrer Klimaschutzaktivitäten im Zeitverlauf umfassend darstellen zu können, ist die Auswahl geeigneter Schlüsselindikatoren, kurz KPIs, nötig. Die KPIs machen Wirkungszusammenhänge sichtbar und geben Ihnen konkrete Anhaltspunkte dafür, warum Verbesserungen oder Rückschläge eingetreten sind und wie Sie Ihre Ziele künftig noch besser erreichen können. Die Herausforderung liegt in der Auswahl und der Definition von KPIs. Dabei sollten Ihre Aussagekraft, die Möglichkeit zur Aggregation, die Vergleichbarkeit und Ihre Steuerungswirkung berücksichtigt werden. Neben internen und externen KPIs kann auch auf aggregierte Kennzahlen oder Einzelkennzahlen zurückgegriffen werden. Absolute Kennzahlen sind grundsätzlich vorzuziehen, da sowohl ihre Steuerungswirkung als auch die Vergleichbarkeit relativ hoch sind. In der nebenstehenden Matrix sind KPIs mit absoluten Kennzahlen daher im ersten Quadranten einzuordnen. Ein Beispiel hierfür wäre ein Klimaziel mit einem Ambitionsniveau von 1,5 Grad Celsius, das eine Reduzierung der unternehmerischen Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2040 um 75% verglichen mit dem Basisjahr 2020 vorsieht. Darüber hinaus können intensitätsbezogene Kennzahlen genutzt werden, deren Steuerungswirkung und Vergleichbarkeit je nach Kennzahl und Unternehmen stark variieren können. Beispiele hierfür sind Emissionen CO2 pro Produkteinheit, CO2 pro Quadratmeter oder pro festangestellter Person oder auch CO2 pro Umsatz oder Gewinn. Grundsätzlich entfalten KPIs die stärkste Wirkung, wenn im Unternehmen eine klare und verbindliche Organisations- und Anreizstruktur vorhanden ist, um diese zu verfolgen. Bei der Erarbeitung und Verifizierung von Klimazielen und einer zugehörigen Klimastrategie spielt die Science-Based Targets Initiative, kurz SBTI, eine wichtige Rolle. Die SBTI hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen weltweit Anreize zu setzen, damit diese ihre Emissionen bis 2030 halbieren. Bis 2050 sollen außerdem Netto-Null-Emissionen erreicht werden. Um insbesondere das Ambitionsniveau unternehmerischer Klimazielsetzungen vergleichbar zu machen, definiert und fördert die SBTI bewährte Verfahren für die Erarbeitung von wissenschaftlich fundierten Zielsetzungen zur Emissionsreduktion. Außerdem werden Ressourcen und Anleitungen zur Verfügung gestellt und Ziele der Unternehmen unabhängig genehmigt und bewertet. Die aktuellen Kriterien und Standards der Science-Based Targets Initiative lassen sich in zwei Kategorien teilen. Standards mit kurzfristiger oder mit langfristiger Zielsetzung. Der Zeithorizont kurzfristiger SBTI-Ziele liegt nach den neuen Vorgaben bei 5 bis 10 Jahren. Langfristige Ziele dürfen nicht später als 2050 erreicht werden. Die Anforderungen an die Reduktionen einer kurzfristigen Zielsetzung unterscheiden dabei zwischen Scope 1 und 2 und Scope 3-Emissionen. Während für Scope 1 und 2 die jährliche absolute Reduktion bei 4,2% liegen muss, ist für Scope 3-Emissionen eine jährliche Reduktion von 2,5% vorgesehen. Für die Erreichung eines langfristigen Net-Zero-Ziels ist eine absolute Reduktion der unternehmerischen Emissionen von Scope 1 und 2 sowie Scope 3 bis zum Jahr 2050 um 90% notwendig. Hierauf gehen wir im Folgenden näher ein. Die Definition von Net-Zero-Emissionen von Unternehmen beinhaltet zwei Elemente. Zunächst müssen Scope 1 bis 3-Emissionen auf 0 oder auf ein Restniveau reduziert werden, das im Einklang mit den 1,5-Grad-Pfaden steht. Darüber hinaus müssen alle Restemissionen im Netto-0-Zieljahr sowie alle danach in die Atmosphäre freigesetzten Treibhausgasemissionen neutralisiert werden. Der Net-Zero-Standard definiert vier Schlüsselelemente für Unternehmen. Das kurzfristige SBTI-Ziel, das langfristige Net-Zero-Ziel, die optionale Beyond-Value-Chain-Mitigation der unvermeidbaren Emissionen in der Wertschöpfungskette, also die klassische CO2-Kompensation, und die Neutralisierung von Restemissionen durch Carbon-Removals, also Neutralisierung innerhalb der eigenen Wertschöpfungskette. Für klein- und mittelständische Unternehmen hat die SBTI einen gesonderten Standard veröffentlicht. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass diese meist weniger Ressourcen zur Verfügung haben, um ein ganzheitliches Klimamanagement einzuführen. Aber nur durch den Einbezug einer möglichst großen Anzahl an Akteuren, die allesamt einen Beitrag zur Begrenzung des Klimawandels leisten, kann eine Transformation gelingen. Hinzu kommt, dass sich immer mehr Großunternehmen ambitionierte Klimaziele auch für Scope 3 setzen und zur eigenen Zielerreichung auf ein ähnliches Ambitionsniveau ihrer Lieferanten angewiesen sind. Der vereinfachte Ansatz der SBTI für KMU mit einer beschäftigten Anzahl von unter 500 MitarbeiterInnen basiert ebenfalls auf dem 1,5-Grad-Ziel. Inhaltlich sieht der Ansatz vor, dass Unternehmen ihre Scope 1 und 2 Emissionen bilanzieren, reduzieren und darüber berichten müssen. In Bezug auf Scope 3 ist allerdings keine Festlegung quantitativer Ziele notwendig, da hierzu Ressourcen und Know-how in KMU oft fehlen. Dennoch müssen sich KMU verpflichten, die Emissionen ihrer vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette zu messen und zu reduzieren. Der vereinfachte Ansatz schafft es demnach, die Notwendigkeit zur Emissionsreduktion über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu berücksichtigen, ohne dabei eine große Belastung für das Unternehmen darzustellen. Weitere Informationen sowie den Antrag auf Einreichung eines SBTI-Klimaziels für KMU finden Sie in der Beschreibung dieses Videos. Nachdem wir uns mit dem Aufbau einer Klimastrategie und der Gestaltung von Klimazielen auseinandergesetzt haben, wollen wir uns jetzt anschauen, welche Maßnahmen zur Zielerreichung führen können. Nach Erarbeitung der Datengrundlage und Festlegung des Ambitionsniveaus der unternehmerischen Klimastrategie müssen Maßnahmen zur Emissionsreduktion erarbeitet und umgesetzt werden. Grundsätzlich sollte hier der Hierarchie Vermeiden vor Reduzieren vor Kompensieren gefolgt werden. Treibhausgasemissionen sollten demnach zunächst so gut es geht vermieden werden, beispielsweise durch Energieeinsparung. Im zweiten Schritt müssen bestehende Emissionen so reduziert werden, dass das festgelegte Ambitionsniveau erreicht werden kann. Die Grundlage für die Ermittlung der notwendigen Emissionsreduktionen stellt das sogenannte Business-as-usual-Szenario dar. Dieses Szenario zeigt die Entwicklung der Emissionshöhe unter der Annahme auf, dass keine Reduktionsmaßnahmen eingeleitet werden. In diesem Fall nehmen die absoluten unternehmerischen Treibhausgasemissionen im Zeitverlauf kontinuierlich zu. Dies kann unternehmerischem Wachstum, einem gesteigerten Output oder einer steigenden Anzahl an MitarbeiterInnen geschuldet sein. Um Emissionen zu reduzieren, besteht die Möglichkeit, Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen, eigene erneuerbare Energien zu erzeugen oder auch Grünstrom und alternative Technologien zu nutzen. Die Entwicklung eines Klimaschutzprojekts in der eigenen Wertschöpfungskette erlaubt das sogenannte In-Setting von Emissionen. Dabei werden Emissionen innerhalb der eigenen Systemgrenzen reduziert, ein Ansatz, der sich insbesondere bei landwirtschaftlichen Lieferketten anbietet. Abschließend können verbleibende Emissionen, hier dargestellt unterhalb des roten Reduktionspfads, durch den Kauf von entsprechenden Zertifikaten kompensiert werden. Diese Neutralisierung darf jedoch nicht zur kurz- und mittelfristigen Zielerreichung beitragen. Nur langfristige Net-Zero-Ziele, welche durch die SBTI verifiziert wurden, dürfen auf eine Neutralisierung der verbleibenden Residualemissionen zurückgreifen. Viele Unternehmen blicken kritisch auf die Umsetzung einer unternehmerischen Klimastrategie, insbesondere weil sie annehmen, dass diese mit enormen Zusatzkosten verbunden ist. Entgegen dieser Annahme besteht jedoch für einige Maßnahmen die Möglichkeit, Kosteneffizienzen und einen Return-on-Invest zu realisieren. Emissionsreduktionen im Bereich Scope 1 können zunächst durch die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen oder einem Wechsel der Energieträger erreicht werden, zum Beispiel in Gebäuden und Prozessen oder durch die Elektrifizierung des Fuhrparks. Die Maßnahmen sind von der SBTI akzeptiert und bieten darüber hinaus einen Return-on-Invest. Zur Reduktion der Scope 2-Emissionen können für die Eigenerzeugung von erneuerbaren Energien Photovoltaikanlagen installiert oder auch Windkraft und Solarthermie genutzt werden. Auch diese Maßnahmen sind mit den Anforderungen der SBTI konform und bieten die Möglichkeit zur Realisierung eines Return-on-Invest. Für den Einkauf von erneuerbaren Energien besteht die Möglichkeit, Ökostromprodukte und Zertifikate sowie Biogas zu beschaffen. Hierbei sollte grundsätzlich auf Qualität und Größe sowie Regionalität der Anlage geachtet werden. Langfristig ist der Abschluss von sogenannten Power-Purchase-Agreements zu empfehlen. Dabei werden direkte Stromlieferverträge zwischen Stromproduzent und Stromabnehmer geschlossen. Dies ermöglicht eine Unabhängigkeit von volatilen Strompreisen und sichert dem Unternehmen zudem die Versorgung mit Grünstrom. Maßnahmen aus dieser Kategorie dürfen zwar laut SBTI zur Klimazielerreichung beitragen, erlauben aber keinen Return-on-Invest. Verbleibende Restemissionen können schließlich auf freiwilliger Basis durch den Kauf von Emissionsgutschriften kompensiert werden oder durch die Beteiligung an Neutralisationsprojekten gemäß den Vorgaben der SBTI ausgeglichen werden. Wie bereits erwähnt, darf die Neutralisierung von Residualemissionen nur zur langfristigen Net-Zero-Zielerreichung, nicht aber zur kurzfristigen Zielerreichung beitragen. Über die gesamte Wertschöpfungskette gibt es darüber hinaus diverse Ansätze, um die unternehmerischen Treibhausgasemissionen zu reduzieren und so die gesetzten Klimaziele zu erreichen. Innerhalb der eigenen Systemgrenzen ist es relevant, Verantwortung zu übernehmen. Interne und externe Guidelines können Vorgaben zur umweltfreundlichen Beschaffung von Materialien oder auch emissionsärmeren Geschäftsreisen definieren. Weitere Reduktionspotenziale entstehen bei der Realisierung von Projekten in der Lieferkette. So sinkt der Carbon Footprint eines Produkts oder einer Dienstleistung beispielsweise durch die Umstellung auf Grünstrom in der Produktion. Außerdem kann ein Unternehmen durch Änderungen im Produktportfolio zur Klimazielerreichung beitragen, in dem Produkte mit hoher Emissionsintensität durch Produkte mit geringerer Intensität ersetzt werden. Über die eigenen Systemgrenzen hinaus kann die Verantwortung in Zusammenarbeit mit externen Akteuren geteilt werden, beispielsweise durch eine zielgerichtete Einbindung von Zulieferern in die Umsetzung von Reduktionsmaßnahmen. Ausgewählte Lieferanten können verpflichtet werden, sich ambitionierte Klimaziele für Scope 1 und 2 oder auch zusätzlich Scope 3 zu setzen. Dies ist insbesondere für Unternehmen relevant, deren Treibhausgasbilanz durch hohe Emissionen im Bereich der eingekauften Produkte und Dienstleistungen gekennzeichnet ist. Gemäß den Net-Zero-Zielvorgaben der SBTI gibt es kurzfristig und langfristig unterschiedliche Ansätze zur Mitigation innerhalb und außerhalb der unternehmerischen Wertschöpfungskette. Maßnahmen innerhalb der Wertschöpfungskette eines Unternehmens sollten kurzfristig umgesetzt werden, um die Treibhausgasemissionen zu vermeiden, zu verringern oder zu beseitigen. Außerhalb der Wertschöpfungskette können kurzfristig regionale und internationale Projekte zur Mitigation unterstützt werden. Damit sollen Unternehmen ermutigt werden, unvermeidbare Emissionen durch die jährliche Unterstützung von Projekten zu reduzieren, zu vermeiden oder permanent aus der Atmosphäre zu entfernen. Diese Formen der Kompensation können allerdings nur ergänzend zu den Reduktionsmaßnahmen durchgeführt werden. Langfristig räumt die SBTI die Möglichkeit ein, dass unternehmerische Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 nicht komplett auf Null reduziert werden können. Unvermeidbare Emissionen können deshalb durch bestimmte Projekte neutralisiert werden, bei denen Kohlenstoff permanent aus der Atmosphäre entfernt wird. Sogenannte Carbon Removals. Elementar für diese Neutralisierung von unvermeidbaren Emissionen durch Carbon Removals ist die Bindung von Kohlenstoff aus der Luft und seine anschließende, permanente Speicherung. Hierbei gibt es grundsätzlich zwei Methoden. Biologische Ansätze, sogenannte Nature-Based Solutions, und technologische Ansätze, also Technology-Based Solutions. Im Rahmen von Nature-Based Solutions werden natürliche Prozesse wie Wiederaufforstung oder die Wiedervernässung von Mooren beschleunigt. Der Kohlenstoff wird dadurch aus der Atmosphäre absorbiert und langfristig in Pflanzen und Boden gespeichert. Dieser Vorgang wird auch Kohlenstoffsequestration genannt. Bei Technology-Based Solutions wird Kohlenstoff aus der Atmosphäre durch nicht-biologische Prozesse gebunden, beispielsweise durch Direct Air Capture and Storage. Hierbei wird der gefilterte Kohlenstoff in der Erde verpresst und so permanent gespeichert. Beide Ansätze unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Stärken und Schwächen. Nature-Based Solutions bieten einen hohen Zusatznutzen in Bezug auf die Entwicklungswirkung und sind zudem bereits sehr ausgereift und bezahlbar. Technology-Based Solutions hingegen ermöglichen eine Dauerhaftigkeit der Speicherung und eine größere Skalierbarkeit. Sie sind jedoch noch in der Entwicklung und ein flächenweiter Einsatz dieser Technologien wird sich erst in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten durchsetzen können. Nach der Erarbeitung der Klimastrategie folgt die Kommunikation und Berichterstattung der Schritte des Unternehmens zu ihrer Erreichung. Diese wollen wir uns jetzt noch genauer anschauen. Es gibt mehrere Gründe, warum Unternehmen ihr Engagement nach der erfolgreichen Erarbeitung einer Klimastrategie nach außen kommunizieren sollten. Die Veröffentlichung von Kennzahlen, zum Beispiel auf der Unternehmenswebseite, beweist die reine Sprachfähigkeit in Bezug auf unternehmerisches Klimaengagement. Dieser erste Schritt kann mit nur geringem Ressourcenaufwand umgesetzt werden. Auch die Einbindung und Motivation von MitarbeiterInnen ist ein wichtiger Grund, um die Ambition zu kommunizieren. Der dritte Punkt betrifft die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Umweltbewusste KundInnen informieren sich zu den Anstrengungen der Unternehmen. Durch gezielte Werbung für entsprechende Produkte können also zusätzliche Vorteile aus den eigenen Anstrengungen gezogen werden. Abschließend sollte das unternehmerische Klimamanagement in das Unternehmensversprechen eingebunden werden. Indem die Nachhaltigkeitskommunikation nicht von der Unternehmenskommunikation getrennt wird, sondern beide Bereiche konsolidiert werden, kann eine ganzheitliche Kommunikation sichergestellt werden. Dieser Ansatz wird auch in Zukunft stärker durch den Gesetzgeber eingefordert. Sehen wir uns nun die beiden Bereiche interne und externe Kommunikation und ihre Relevanz im Rahmen einer Klimastrategie genauer an. So bietet die regelmäßige interne Kommunikation der unternehmerischen Zielsetzung und des Fortschritts Entscheidungsvorlagen für die Geschäftsführung. Außerdem entsteht durch den Einbezug von MitarbeiterInnen auf interner Ebene die Möglichkeit, dass sie die formulierten Ziele schneller akzeptieren und motiviert werden, sich an ihrer Umsetzung zu beteiligen. Zudem können MitarbeiterInnen und Führungskräfte als Multiplikatoren gewonnen werden. In der externen Kommunikation werden unter anderem externe Stakeholder über den Status Quo des Klimamanagements im Unternehmen informiert. Für die externe Berichterstattung empfehlen wir, die folgenden Leitfragen im Voraus zu beantworten und als Basis zu nutzen. Was ist die Motivation für das externe Reporting? Welche Ziele verfolge ich damit und welche Außenwirkung möchte ich erzielen? Welche Emissionen sind wirklich relevant? Scope 1 und 2 Was ist relevant unter Scope 3? Welche externen Informationsbedarfe bestehen und welchen Einfluss haben meine Stakeholder? Gibt es externe Berichtsanforderungen oder Standards, die berücksichtigt werden müssen? Welche Kommunikationskanäle sollen genutzt werden? Nach der theoretischen Grundlage zu Klimastrategien wollen wir nun abschließend zwei Unternehmensbeispiele zeigen und einen Ausblick geben, wie die Klimazielsetzung gemäß der SBTI in Realität aussehen kann. Bei unserem ersten Beispiel handelt es sich um den Fall eines Metalldistributeurs. Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, die unternehmerischen Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2025 um 50% und bis zum Jahr 2050 um 100% zu reduzieren. Dies entspricht einem Ambitionsniveau von 1,5 Grad. Ausgangspunkt ist das Basisjahr 2019. Dieses Ziel soll unter anderem durch den Umstieg auf erneuerbare Energien, den Einsatz von Wasserstofffahrzeugen für die Auslieferung, diverse Energieeffizienzmaßnahmen sowie die Erarbeitung unternehmensweiter Reisekonzepte und Homeoffice-Regelungen erreicht werden. Darüber hinaus verfolgt der Metallhändler auch eine Veränderung des Kerngeschäfts und steigt auf grünen, mit wasserstoffproduzierten Stahl um. Außerdem soll eine Bewertungsmethodik für den CO2-Fußabdruck von Stahl entwickelt werden. Sowohl das kurzfristige als auch das langfristige Net-Zero-Ziel wurden von der SBTI geprüft und genehmigt. Eines der größten Baustoffunternehmen weltweit hat sich gemäß dem Ambitionsniveau von deutlich unter 2 Grad das Ziel gesetzt, seine Treibhausgasemissionen bis 2025 um 15% und bis 2050 um 100% zu reduzieren. Ausgangspunkt ist das Basisjahr 2016. Dafür setzt das Unternehmen unter anderem auf zertifizierte Umweltmanagementsysteme, Emissionsgutschriften, Solarstrom-, Energieeffizienzmaßnahmen sowie Biodiversitätsmanagementpläne. Auch eine Veränderung des Kerngeschäfts strebt das Unternehmen an. Es ist an diversen Forschungsprojekten zur CO2-Abscheidung aus Verbrennungsgasen beteiligt und möchte darüber hinaus alternative Brennstoffe aus Abfallstoffen oder Nebenprodukten nutzen. Das kurzfristige Ziel wurde bereits von der SBTI bestätigt. Das Net-Zero-Ziel ist noch in Entwicklung. Der Baustoffhersteller hat sich hierzu aber bereits verpflichtet. Zum Abschluss möchten wir die wichtigsten Punkte und das Vorgehen bei der Erarbeitung einer Klimastrategie noch einmal zusammenfassen. Nach der Etablierung einer Organisationsstruktur wird eine unternehmerische Klimastrategie in vier Schritten erarbeitet. Als erstes muss eine Treibhausgasbilanz erstellt werden. Hierbei gilt es, den Bilanzierungsrahmen, also die Systemgrenzen, zu definieren. Die Einführung eines Daten- und Prozessmanagements unterstützt im Anschluss bei der Datenerhebung und Bilanzierung. Eine Auswertung der Bilanzergebnisse gibt Aufschluss über die Emissions-Hotspots eines Unternehmens, wovon im Anschluss passende Key-Performance-Indikatoren zur Steuerung abgeleitet werden können. Im nächsten Schritt werden Klimaziele entwickelt. Einem vorgegebenen Ambitionsniveau entsprechend gelten diese kurz- bis mittelfristig und langfristig. Detaillierte Anforderungen beschreibt das Rahmenwerk der Science-Based Targets Initiative. Diese bietet auch eine offizielle Validierung der unternehmerischen Ziele. Als dritter Schritt folgt die Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Zielerreichung. Zunächst sollten Treibhausgasemissionen in der eigenen Wertschöpfungskette so gut es geht vermieden werden. Verbleibende Restemissionen sollten im Anschluss reduziert werden. Für die Erreichung langfristiger Net-Zero-Klimaziele können nicht reduzierbare Residualemissionen durch Neutralisation der Atmosphäre entzogen und langfristig gespeichert werden. Die Kompensation von Emissionen kann zusätzlich das Klimaengagement eines Unternehmens unterstreichen, insbesondere in der externen Kommunikation. Diese Maßnahme darf jedoch nicht zur Zielerreichung beitragen. Abschließend steht unter Schritt 4 die Berichterstattung und Kommunikation des unternehmerischen Klimamanagements. Intern betrifft dies unter anderem das Management Reporting sowie den Einbezug von MitarbeiterInnen und Führungskräften. Extern bietet die CSR-Berichterstattung die Möglichkeit, das eigene Engagement im Detail zu kommunizieren. Die Teilnahme an Ratings und Rankings erlaubt darüber hinaus eine Vergleichbarkeit des Engagements, zum Beispiel im Branchenumfeld. Weitere Informationen und Unterstützungsangebote des UN Global Compact Netzwerk Deutschland zum Thema finden Sie in unserem Themenguide Umwelt und Klima. Auf der ersten Seite des Themenguides finden Sie eine Liste relevanter Publikationen und Tools, die direkt verlinkt sind. Die Angebote sind dabei in drei Umsetzungsniveaus gegliedert, von Einsteigen über Anwenden bis hin zu Austauschen. Auf der zweiten Seite findet sich ein kurzer Einstiegstext zum Thema sowie allgemeine Hinweise zur Handhabung des Themenguides. Einen Themenguide gibt es nicht nur für den Bereich Umwelt und Klima, sondern für jeden unserer vier Themenbereiche. Alle vier Themenguides sind nach demselben Prinzip aufgebaut und bieten Ihnen damit einen umfassenden Überblick über unser Angebot. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse am Webinar Einstieg in ein erfolgreiches Klimamanagement. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung und freuen uns, von Ihnen zu hören.